Hallo Frank. Hallo Herr Dr. Oppaier. Alles im Universum ist eins. Alles ist miteinander verbunden. Ja. Aber das ist wieder von einer Banane angegriffen. Gedanken sind Wellen. Auch wir jetzt, obwohl sie da draußen sitzen, Herr Zuburg. Genau. Sehr, sehr interessant. Ich sitze draußen, du sitzt drinnen und trotzdem sind wir miteinander. Warum siehst du dich eigentlich? Es gibt kein drinnen oder draußen. Ist ja eine Illusion. Du denkst, du sitzt drinnen und ich sitze draußen. Ist doch nicht kalt, oder? Alles kommt aus einer Quelle. Kälte, Wärme. Es gibt gar keine Kälte. Alles ist eins. Ja. Regnet noch mehr? Leider nicht. Das wird ja viel gackiger. Wenn ich jetzt hier im Regen sitzen würde, könnte ein bisschen etwas über die Bedeutung des Universumsphilosophie reden. Das täte natürlich ein bisschen. Aber leider regnet es nicht. Ja, genau. Weil dann würde das Universum ja irgendwie direkt bekannt geben, dass es eins ist, mit dem man weh hin tun. Ja, mach doch noch da. Verbindet. Wasser. Alles ist letztendlich Wasser. Ja. Ich bin es, Igor. Ich bin es, Igor.